Heute beginnt in Berlin ein dreitägiger SPD-Parteitag. Die SPD-Spitze will sich von der Parteibasis, grünes Licht, geben lassen für Gespräche mit der Union. Die SPD entscheidet beim Parteitag über Gespräche mit der Union. Quelle Kai Niedfeld, deutsche Presseagentur zweieinhalb Wochen nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen, entscheidet die SPD, ob sie Gespräche mit der Union über eine große Koalition aufnimmt. Anschließend stellt sich Parteichef Martin Schulz auf einem Parteitag in Berlin zur Wiederwahl. Die SPD hatte sich nach ihrem schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl im September dazu entschlossen, in die Opposition zu gehen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche soll diese Entscheidung revidiert werden.